Hallo zusammen, hier ist der Servo aus Manavgat. Heute aus einer Anlage in Siede. Hier seht ihr den Eingang in den Spa-Bereich. Dieser wird aktuell noch ausgebaut. Diese Anlage ist zentral gelegen, unweit von Antik-Siede, unweit vom Strand und mit vielen Einkaufsmöglichkeiten in der Nähe. Diese Anlage besteht aus drei Komplexen. Auf der linken Seite habt ihr gerade gesehen, dieser Komplex wird gerade noch fertiggestellt. In circa zehn Tagen ist diese Anlage komplett fertig. Auf der rechten Seite seht ihr die anderen beiden Komplexe. Diese sind schon fertiggestellt. Hier seht ihr den Pool. Wunderschön und groß mit vielen Liegemöglichkeiten. Hier seht ihr den Garten. Im Gartenbereich gibt es dann auch Sitzmöglichkeiten. In dieser Anlage starten die Preise ab 95.000 Euro für eine 1 plus 1 Wohnung und je nach Stockwerk und Größe verändern sich die Preise. Das Schöne in dieser Anlage ist, es ist alles komplett möbliert. Sogar Elektrogeräte sind inklusive. Klimaanlage ist auch schon mit dabei in allen Räumen. Das Badezimmer ist sehr geschmackvoll und groß. Hier ist an alles gedacht worden. Ihr braucht hier eigentlich nur den Koffer mitnehmen und dann seid ihr hier schon eigentlich fertig mit dem Einzug. Eine wunderschöne Küche mit allen Elektrogeräten, ein Fernseher, eine Klimaanlage, ein Kühlschrank. Alles nicelnagelneu, noch nicht benutzt. Sogar der Wäscheständer ist bereits vorhanden. Hier mit Glück auf den Pool und den Garten. Wie gesagt, alles inklusive. Sogar die Gardinen sind schon mit dabei. Entschuldigt bitte meine Stimme. Ich bin noch etwas heiser. Hier seht ihr dann das zweite Schlafzimmer. Auch hier alles wieder möbliert. Alles recht schön hell. Sogar die Einbauschränke sind hiermit schon dabei. Hier die nächste Wohnung. Das ist jetzt eine 1 plus 1. Wie ihr gerade gesehen habt, ist sogar ein Feuerlöscher vorhanden. Alles wunderschön eingerichtet. Sogar an das Bügelbrett wurde gedacht. Hier mit Balkon jetzt auf die Rückseite vom Gebäude. Diese Anlage liegt zentral. Wie gesagt, in Laufnähe zu allem, was man benötigt. Viele von euch hatten sich gewünscht, in Siede eine Wohnung zu kaufen. Hier habt ihr jetzt eine wundervolle Möglichkeit dazu. Hier wieder das Wohnzimmer voll ausgestattet. Und hier der zweite Balkon mit Blick auf den Pool. Meldet euch gerne bei mir bei Interesse. Ich unterstütze euch bei sämtlichen Modalitäten beim Kauf der Wohnung. Hier ist auch wieder eine 1 plus 1 Wohnung zu sehen. Wie gesagt, verschiedene Schnitte gibt es hier in den Wohnungen und verschiedene Größen. Alles komplett ausgestattet. Meldet euch gerne bei mir bei Interesse. Ich freue mich, von euch zu hören. Meine Kontaktdaten stehen in der Kanalbeschreibung und in der Videobeschreibung. Und auch am Ende vom Video. Recht herzliche Grüße aus Manaugat. Euer Servo. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst. Bis demnächst.